Mit der Masterplan und die Zwölf Kevin Wilbert und es heißt Daumen drücken für die Nordsterne mit der Startnummer 1 Norbert Kossio und daneben oder dazu dann die Startnummer 2 Tobias Krohner. 29 zu 24. Drei Punktläufe noch und dann die Finals. So sieht es aus und jetzt ist vom Programmschema vorgesehen, dass die Position 1 und 2 beider Teams gegeneinander direkt antreten. Und auf der Innenbahn mit dem weißen Helm Jelf, Sebastian Urmeck für die Wölfe. Auf der zweiten Bahn für die Nordsterne mit dem blauen Helm die 2 Tobias Krohner. Die dritte Bahn mit dem gelben Helm die 12 für die Wölfe Kevin Wilbert und außen mit der 1 und dem roten Helm Norbert Kossio. Die dritte Bahn mit dem blauen Helm die 12 für die Wölfe. Die dritte Bahn mit dem blauen Helm die 12 für die Wölfe. Die dritte Bahn mit dem blauen Helm die 12 für die Wölfe. Hier mit der Startnummer 11, also Sebastian Urmeck drei Punkte mit der 2 für die Nordsternausstraße und Tobias Krohner zwei Punkte. Einen Punkt erfahren hier Kevin Wilbert mit der 12 und Norbert Kossio starten Mainz 0. Das ist erstmal der Blick auf die Tabelle hier 31 zu 29 und 73,3.